Hallo und herzlich willkommen in dieser Folge. Wir hatten ja tatsächlich schon drüber gesprochen, was die ganze Pandemie rund um Corona mit dem weiblichen Zyklus anstellt. Gab es bei Instagram einen großen Post zu. Jetzt ist die Frage nach mehreren und sich häufenden Medienberichten, was macht denn eigentlich die Covid-Impfung mit dem Zyklus? Einige Frauen beschreiben, dass sie vermehrte Blutung haben, stärkere Schmerzen haben, mehr Krämpfe haben oder sogar weniger Blutung oder sogar ein Ausbleiben der Periode nach der Impfung beobachten konnten. Was ist denn da eigentlich biologisch dran? Gibt es da eine statistische Signifikanz oder ist das einfach alles nur Zufall? Klären wir jetzt in diesem Video. Viel Spaß dabei. Zunächst einmal müssen wir festhalten, es gibt so gut wie keine Beobachtungsstudien oder andere Daten, auf die wir uns berufen können. Das ist schon mal die negative Aussage. Das heißt, es bleibt jetzt so ein bisschen bei medizinisch-biologischen Erklärversuchen, was das ganze Thema angeht. Es gibt kleine Studien mittlerweile über eine Covid-Erkrankung, was die mit dem weiblichen Zyklus macht. Es sind zwar wenige Studien und auch mit kleiner oder geringer Teilnehmerzahl von 230, aber es bietet schon so einen ersten Anhalt, was vielleicht auch die Impfung mit dem weiblichen Zyklus machen könnte beziehungsweise wie sich dieser verändern könnte. In dieser Studie, wo es wirklich um die Erkrankung geht, das heißt, die Frau hat sich infiziert mit Corona, hatte einen Covid-Verlauf von einer moderaten bis zum relativ schweren Verlauf und man hat geschaut, was beschreiben denn die Frauen, was mit diesem Zyklus passiert. Ein Viertel dieser 230 Frauen hat eine Volumenzunahme bei ihrer Blutung bemerkt. Das heißt, sie haben mehr Blut verloren. 20% hatten eine leichtere Blutung und auch mildere Schmerzen und 19% hatten einen längeren Zyklus als zuvor. Und bei dem Rest hat sich überhaupt nichts verändert, bei den Frauen, die Corona-infiziert waren. Nun ist die Frage, macht vielleicht auch dieser Impfstoff ähnliche Symptome und hier ein paar biologische Erklärungen. Wie gesagt, es gibt noch keine feste Meinung dazu. Es gibt immer nur Versuche, das biologisch-medizinisch zu erklären. Was man grundsätzlich sagen muss, und das ist auch immer das, was ich auch schon bei dem Instagram-Post über die Pandemie und den Zyklus beschrieben habe, es gibt wahnsinnig viele Einflussfaktoren auf den weiblichen Zyklus. Das kann von einem Schichtdienst, einem Schlafmangel, einer Ernährung, einer Änderung quasi des Umfeldes, bei Reisen, eine Zeitverschiebung, Stress, all diese Punkte können den Zyklus wirklich verändern, auch auf längere Sicht, also halbes Jahr und länger. Und ich hatte ja bei dem Post über die Pandemie besprochen, dass da Stress ein sehr großer Faktor ist. Stress für den Körper heißt, er muss jetzt erstmal alle Energiereserven bündeln, um zurechtzukommen, um klarzukommen. Die nicht so wichtigen Lebensfunktionen, wie zum Beispiel so ein weiblicher Zyklus, wird hinten angestellt. Das heißt, es kommt zu Zyklusunregelmäßigkeiten. Und ähnlich kann man es sich auch bei der Impfung erklären. Natürlich ist eine Impfung ein plötzliches Aktivieren von unserem Immunsystem. Unser Körper denkt von jetzt auf gleich, ups, ich bin infiziert, ich muss ganz viele Antikörper bilden. Die ganzen Ressourcen, die ganze Energie wird jetzt darauf verwendet, das Immunsystem zu modulieren, aufzubauen. Und das merken wir alle. Wir sind schläfrig, wir sind müde und wir haben auch einen pochenden Arm. All diese Prozesse sind derart wichtig für den Körper, weil ihm wird ja suggeriert, er hat eine schwere Infektion, dass alles andere erstmal kalt gestellt wird. Und das ist eben auch der weibliche Zyklus. Und das, das ein möglicher Erklärungsansatz ist. Momentan ist einfach diese Antikörperbildung wichtiger als die Reproduktion. Das heißt, das Vermehren unserer Gattung. Das ist ein möglicher Erklärungsansatz. Ein zweiter Erklärungsansatz ist, in eurer Gebärmutter Schleimhaut sind sehr viele Immunzellen. Das wissen vor allem Kinderwunschpachen, bei denen es nicht funktioniert, wo man genau nach diesen Immunzellen eben auch sucht, ob die vielleicht ein sich ein bisschen Embryo sogar angreifen könnten. Und diese Immunzellen können eben durch so eine Impfung auch moduliert werden, weil sie sich umbilden müssen, weil sie sich anders orientieren müssen. Also wird dieses Gesamtgebilde Schleimhaut verändert, sodass es da auch zu einem Abrutschen dieser Schleimhaut kommt, also zu zum Beispiel Zwischenblutung oder vorzeitiger Periode. Diese ganze Schleimhaut-Immunzell-Theorie ist aber sehr, sehr vage und wird auch von den Fachverbänden der Gynäkologie so ein bisschen auch kritisch beäugt, sodass der Faktor Stress nicht der äußerliche Stress, den wir alle kennen von unserer Arbeit oder unserem Alltag, sondern eben der körperliche Stress nach einer Impfung der wahrscheinlichere Faktor ist. Alles, was unser Gehirn beeinflusst, das sind nicht nur die äußerlichen Eindrücke, sondern eben auch so eine Aufregung vor so einer Impfung, können eklatante Nachwirkungen haben für den Hormonhaushalt. Und bei Frauen äußert sich eben der kleinste Einfluss auf das Hormonsystem mit einer verkürzten Zykluslänge, einer verlängerten Zykluslänge, Zwischenblutungen. Da reicht wirklich ein kleiner Einfluss, um große Auswirkungen auf den weiblichen Zyklus zu haben. Was ich persönlich auch sehr spannend finde, und das wird sich hoffentlich in vielen Beobachtungsstudien zeigen, zu welchem Zeitpunkt im Zyklus eine Frau geimpft wurde, ob das jetzt Zyklusanfang, zweite Zyklushälfte oder Zyklusmitte ist, würde mich persönlich interessieren, wie sich das dann auf die nächsten Zyklen auswirkt. Ich kann mir schon vorstellen, dass, wenn eine Schleimhaut aufgebaut ist, man eine Impfung kriegt, der Körper einfach Stress hat, emotional und dann auch eben physiologisch, dass diese Schleimhaut, die dort aufgebaut war, eben auch abrutschen kann und dann eben zu einer Schmierblutung oder einem subjektiv verkürzten Zyklus führen kann. Es bleibt aber also abzuwarten, was Frauen berichten nach der Covid-Impfung. Abschließend möchte ich aber auch nochmal sagen, und dazu gibt es ja auf meinen Kanälen auch genug, wo ich darüber gesprochen habe, die Fruchtbarkeit wird natürlich nicht eingeschränkt von Frauen. Und diese Zyklusunregelmäßigkeiten regulieren sich auch wieder. Das Hormonsystem ist aber ein sehr träges System. Das ist nicht einfach mal so wieder funktionell, sondern es braucht eben vielleicht auch zwei, drei Monate, um sich wieder einzupendeln. Das kennen viele Frauen nach Absätzen der Pille eben, dass dieser riesige Hormonkomplex einfach ein sehr träges System ist, was Zeit braucht, um wieder angeschraubt und angekurbelt zu werden. Und ganz abschließend noch ein ganz interessanter Fakt. Durch diese ganze Diskussion über die Impfung verändert vielleicht Zyklus, wird die Frau in der Form getriggert, dass sie quasi schon davon ausgeht, dass ihr Zyklus wahrscheinlich danach verändert ist. Also ist ihre innere Einstellung eigentlich schon so, dass sie nur darauf wartet, dass sich da irgendwelche Unregelmäßigkeiten einstellen, sodass natürlich sehr sensibel mit der eigenen Körperwahrnehmung umgegangen wird. Viele Frauen missinterpretieren also jetzt so, wenn drei Tage drüber sind, dass das jetzt schon mit der Corona-Impfung zu tun hat oder macht sich schon währenddessen so Stress, und hoffentlich ist mein Zyklus nicht verändert, dass dies natürlich auch den Zyklus verändern kann. Das ist ein sehr interessanter Aspekt, der auch abzuwarten bleibt, aber der ja auch unumgänglich ist. Natürlich macht man sich nach diesen ganzen medialen Gesprächen und dieser Präsenz dieses Themas Gedanken, sobald ich meine Impfung habe, verändert sich mein Zyklus, ja oder nein, gerade wenn es auch um das Thema Kinderwunsch geht und man eigentlich einen relativ regelmäßigen Zyklus gerne möchte. Macht euch also nicht zu viele Sorgen, wenn der Zyklus auch mal unregelmäßig ist. Er pendelt sich ein. Es ist einfach ein Uhrwerk, eine Uhrmaschine, die halt ein bisschen träge ist, aber das funktioniert dann auch nach einer Corona-Impfung wieder. In dem Sinne, ich hoffe, das war einigermaßen aufschlussreich. Es bleibt auf jeden Fall spannend, das Thema. Ich bleibe da dran und wenn es dann Neuigkeiten gibt, halte ich euch auf dem Laufenden. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.